Hallo, hier ist Michaela von Michaelas Kreativbox. Ja, ihr Lieben, ich zeige euch heute die restlichen Karten, die ich noch mit den beiden Adventskalendern von Kreativ-Dipo gemacht habe. Werden mit Sicherheit über das Jahr verteilt mal so die eine oder andere Karte noch kommen. Einmal Hustenbombe runter, schlucken. Ich will euch hier ja die ganze Zeit nicht ein Vornutscheln. So, das ist hier noch mit den Schlittschuhen. Die habe ich aber nicht aufgestempelt, sondern aus Babyrosa und Malve ausgestanzt. Und dann mit den jeweiligen Stempelfarben mit den Schwämmchen einfach so ein bisschen gewischert. Das hier ist mit meiner Walze gemacht. Ich habe nicht die von Stampin' Up. Ich weiß nicht, ich habe irgendwo so eine No-Name und ich habe festgestellt, das war 5 Euro hat die gekostet. Und die hat genauso diese Wichtelfüßchen wie die teurere von Stampin' Up. Es scheint also irgendwie an Gummiewalzen an sich zu liegen. Ich muss mal gucken, wenn ich mal im Baumarkt bin oder mein Mann, dann werde ich mal gucken, ob man da eine glattere kriegt. Das hier sind diese sogenannten Wichtelfüßchen. Also stören tut es mich jetzt nicht, gibt ja noch einen schönen Effekt und da bin ich durch die Farbe und dann mit der Walze einfach hier drüber und nur ein einziges Mal und das ergibt so einen Effekt, finde ich gar nicht mal so schlecht. Das ist eine Designpapierrückseite. Ich weiß jetzt gar nicht von welchem Papier, aber auch in Malwe. Dann habe ich mit Designpapier hier so einen Hintergrund. Da habe ich weiß, da habe ich so ein bisschen so eine Dudellinie gemacht und aus dem gleichen Farbkarton habe ich diese Gräserblütenstanze ausgestanzt. Dann habe ich das Haus aufgestempelt ausgestanzt. Hier unten habe ich noch ein Band hingemacht und Sprüche habe ich hier extra weggelassen, dass, na klar, für jemanden, der im Winter Geburtstag hat oder gerne Schlittschuh läuft, das kann man ja zum Einzug nehmen, genauso wie das hier zum Einzug oder zum Umzug oder wie auch immer. Da bin ich hingegangen und habe ein Stück weißen Farbkarton, den habe ich mit Pekanus gewischt, dann mit Espresso so ein bisschen, ja, so einen dreckigen alten Look verliehen. Habe alle anderthalb Zentimeter vorher Falzlinien gezogen und dann habe ich die Blumentöpfe aufgestempelt, ausgestanzt, ausgemalt. Hier so jeweils so einen Blumenhocker drunter gemalt. Genauso Geburtstagskarte, Umzugseinzugskarte, wie auch immer. Dann habe ich mit den Eukalyptuszweigen, die habe ich einfach hier so rumgestempelt, mit Pfauengrün noch Spritzer gemacht, das ist auch Pfauengrün hier hinter. Dann habe ich den Rahmenstanze, äh, den Rahmenstempel verwendet, habe drumrum, das ist eine Größe von den Rechtecken mit Büttenrand, die ist von Stampin' Up und habe noch das Wort Einzelstück reingestempelt. Das Nylon-Garn und die Steinchen sind von Kreativ-Depot. Dann habe ich mit den verschiedenen großen Kreisen, habe ich, ähm, den großen im ersten Stempelabdruck und die kleinen immer im zweiten Stempelabdruck genommen. Dann habe ich diese Zweige da, Wild-Duineng, und habe dann alles Liebe aufgestempelt, ausgestanzt und habe dann noch so ein paar Steinchen hier von Stampin' Up drauf gemacht. Und dann habe ich mit meinen neuen Sachen gewerkelt, seit 4. Januar können wir Kunden ja bestellen, bei Stampin' Up und da habe ich mir die ganze Produktreihenkollektion Lavendel, da habe ich das draus gemacht. Ähm, woraus die Sets im Einzelnen bestehen, könnt ihr ja bei euch im Katalog selbst nachschauen, oder aber, gibt ja genug Demos, die das alles ausführlich gezeigt haben, muss ich ja nicht nach, dann auch noch machen. Jedenfalls hat mir diese Lavendel-Serie sofort zugesagt, ich mag Lavendel nämlich auch im Garten. Da ist, ähm, zwei Produktpakete mit drin, Designpapier, die Steinchen in Lila-Tönen, ist ja für mich, ne, Lila, Lila, Pink, passt. Und diese Papierschmetterlinge, die sind eigentlich ganz in Weiß und die habe ich dann mit Amethyst und mit Fräsien-Lila gewischt. Hier habe ich noch einen Rest Amethyst genommen und habe auch den Amethyst gestempelt. Mit Gruß und Kuss, einer der Sprüche und das ist, ähm, aus, ähm, Moment, ich guck mal eben, ob ich das hier noch habe. Hier habe ich schon wieder weggeräumt, da ist ein Stempelset mit, ähm, Motiven, so Lavendel-Motiven und ein Stempelset plus, ähm, Stanzen, das sind nur Worte, also nur Sprüche und dann sind da wie, das macht dann so einen Rahmen, wie hier so eine Briefmarke. In rechteckig, in quadratisch, total schick. Und dann habe ich noch ein anderes Set getestelt und zwar dieses hier. Das habe ich im Dezember irgendein, bei irgendeiner Demo als Video gesehen, fand ich klasse. Ist eine Hybridprägeform, da geht man also, kann man, also man kann es auch einfach nur prägen und ausstanzen. Ich habe aber den Prägefolder erst noch eingefärbt mit Wassermelone und das ist das, äh, letzte, was ich von dem Kalender genutzt hatte. Hier, der Blumenstrauß, den habe ich einfach, das ist ein altes Designpapier von Stampin' Up, wie hinterm Horizont oder so ähnlich, ist, glaube ich, auch noch in der Ausverkaufsecke. Da habe ich einfach über diese drei Farben hier schwarz gestempelt, ausgeschnitten, mit einem Dimensional aufgebracht, das ist auch mit Dimensionals. Und wie gesagt, da habe ich die Prägefolder eingefärbt mit Wassermelone, die Stanzform mit reingelegt, durchgekurbelt und dann kommt das so raus. Dann noch ein paar Steinchen aufgeklebt, das sind allerdings, glaube ich, die rosa von Nelly Snellen hatte ich die. So, das waren die Karten, die ich fertig habe. Dann hatte ich ja erzählt, dass ich diese Milchkartons so gerne mache und da brauche ich jetzt zwei in maritimen Designspruch, weiß ich noch nicht, was draufkommt, weil die sind nicht für mich. Die hat sich meine Mutter gewünscht für zwei Freundinnen und da muss sie mir noch sagen, was da für ein Spruch drauf soll. Und da habe ich gedacht, den einen habe ich gemacht, den zweiten mache ich mal mit euch zusammen. Und meine Anleitung habe ich von Janas Bastelwelt. Die habe ich, das war der erste, den ich da nach dieser Anleitung gebastelt habe, das war jetzt vor, also nicht jetzt, sondern davor das Weihnachten, also 2022. Weihnachten 2022, da habe ich diese Anleitung gefunden. Ihr braucht einen kompletten Bogen Farbkarton in A4, also 21 mal 29,7. Und der wird an der kurzen Seite angelegt, ich mache es schon mal auf, weil wir gleich auch hier hinten hin müssen. Und der wird jetzt gefalzt bei, nicht verrutschen, 5 Zentimetern, bei 14 Zentimetern, und bei 19,5 Zentimetern, bei 19,5 Zentimetern, dann drehen wir das Ganze auf die lange Seite, dann falzen wir bei 7, 14, 21, 21, na, 21, und bei 28, dann lassen wir es hier an der langen Seite liegen, gehen wir hin, gehen hin bei 10,5, gehen wir nach oben, und falzen nur hier bis zu der ersten Falzlinie, bei 10,5 und dann bei 24,5, da machen wir das gleiche nochmal, 24,5 anlegen, und hier bis zur ersten Falz. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich stelle mich da immer sehr dürselig an, die Diagonalen im Schneidbrett zu machen, das könnt ihr gerne tun. Ich fühle mich da immer ein wenig unsicher, deswegen mache ich es immer mit Lineal und dem Aufhebhelfer mit der Dottingseite. So, jetzt geht ihr hin, hier habt ihr die Markierung, da legt ihr das an und dann bis in diese Ecke und da geht ihr einmal und zieht die Falzlinie. So, das gleiche macht ihr dann hier wieder von der Markierung. Hup, jetzt bin ich ein bisschen zu weit geschossen, aber das ist nicht so schlimm, ja, und das gleiche macht ihr dann noch an der zweiten Markierung. Wieder an der Markierung anlegen und dann bis nach hier. Und einmal noch die andere Seite. So, dann kann das beiseite, gehen wir jetzt her und weisen einmal alle Linien nach. Und hier oben, das wird einmal genau in die entgegengesetzte Richtung. Das legt sich gleich von alleine, das mache ich jetzt einfach nur einmal so ein bisschen. So, dann müssen wir noch ein wenig schneiden, aber nicht viel und zwar werden an der, da wo das weitere Stück ist, das ist ja der Boden, da werden einfach nur einmal diese eingeschnitten. und an der Klebelasche, da wird eingeschnitten und dann hier schräg abgeschnitten und hier oben wird auch einmal angeschränkt, das war es schon. Jetzt brauchen wir noch für diese vier Fächer Designpapier. Und zwar, da darf ich dann auch nochmal, weil ja Maritim habe ich mir Designpapier aus meinem Bestand, das ist von Kreativdepot. So, und da brauchen wir, jetzt muss ich mal eben spicken, vier Stück in 6,5 in der Breite und in der Länge 8,5. Eins, zwei, drei, das wird über und dann brauchen wir das Ganze noch einmal. Und da machen wir wieder, 6,5 und ein Stück brauchen wir dann noch in 8,5. So, da haben wir unsere vier Stücke, da könnt ihr natürlich wählen wie ihr wollt, ihr könnt natürlich auch hingehen und diese Größe in weißem Cardstock machen und das dann nochmal jeweils 0,5 cm kleiner als wenn ihr da noch einen anderen Rahmen haben möchtet. Ihr könnt euch auch selber Designpapier gestalten. So, jetzt gucke ich mal, ob hier irgendwo was ist, was aneinander, das mache ich dann natürlich hier so. Mal gucken wir mal hier. Das passt jetzt irgendwie nicht, dann ist es egal, dann kleben wir uns jetzt hier die vier Teile auf. Daran gucken, dass ihr den gleichen Abstand habt. So. Nächste. Klebe auftragen. Und ich habe mir das jetzt so hingelegt, weil ich da dann besser den sehen kann, hier, dass ich einigermaßen die gleichen Höhen habe. Und noch das letzte Stückchen. Genau. Das kommt dann hier hin. Na, jetzt bin ich ein bisschen zu rot gerutscht. So. Jetzt geht her. Jetzt kommt hier Kleber drauf. Da könnt ihr auch wieder Flüssigkleber nehmen oder aber doppelseitiges Klebeband, ganz wie ihr das möchtet. So. 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 Dann. Jetzt mache ich mir ein bisschen Kleber drauf. Und da es nicht bis Ende geht, reicht das auch schon so. Dann mache ich mir hier Kleber drauf und auf das letzte Stückchen. Dann dringend mal wieder auffüllen. Hier dann auch wieder Kleber drauf. Und dann hier drüber. Dann könnt ihr das Ganze umdrehen und ich nehme dann gerne, wenn es jetzt so etwas großflächiges ist, nehme ich ganz gerne das große Lineal hier. Und dann auf der anderen Seite. Dann könnt ihr alles nehmen. Ich nehme auch schon mal hier den Arlenes. ihr könnt mit irgendetwas da runter stupsen scheint alles geklappt zu haben hier müssen wir noch mal da hatte ich gar nicht bis zum ende da mache ich mir hier noch ein bisschen kleber hin und wie gesagt da warte ich dann noch dass meine mutter versprüche drauf haben will und dann werde ich das auch noch damit zu einem sondern jetzt habt ihr ja hier die diagonalen gemacht man braucht ihr nur mit dem finger leicht rein und hier ist es ja so gefalzt und schon ist der kleine karton verschlossen ich habe dann so ein klemmchen ihr könnt ja alles mögliche nehmen gibt ja in gold silber schwarz kupfer allen möglichen farben rosé gold ich habe jetzt mich für silber entschieden weil ich finde das passt am besten zu diesem maritimen look und ihr könnt aber auch holzklammern nehmen die hätte ich ja sogar auch so und damit ist sind die zwei milch kartons fertig die karten habe ich euch gezeigt die zwei neuen sätze die ich habe wo mir die schon gebastelt habe aber der erste prototyp ist noch nicht ganz so ich wollte so ein kleines schmales schächerchen haben und damit bin ich schon etwas zufriedener das ist jetzt das zweite hier hatte ich eine seite zugeklebt hier kann man also nur noch eine seite öffnen und hier habe ich beide aufgelassen das ist eigentlich so eine schachtel die von beiden seiten einmal so einmal so das ist also kein versehen das ist tatsächlich so absicht je nachdem also mir hat sie gefallen ich habe gedacht die schnuppel ich mal auseinander und bastel die mal nach so das war jetzt das zweite da habe ich die maße so ein bisschen begrenigt die gefällt mir schon ganz gut das ist übrigens das designpapier von der lavenderserie von stampin ab die werde ich sehr wahrscheinlich nächste woche mit euch machen wie die funktioniert und vielleicht ein bisschen schicker also verzieren und mal schauen was ich dann bis dahin dann noch so habe an karten und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen restsonntag und eine schöne woche und sage mal tschüss bis zum nächsten mal